Luciana Diniz. Nach der ersten Runde holte er schon einmal die Faust raus und freute sich über das Gelingen. So auch nachbeendigen des zweiten Mal raus. Jetzt kommt sie, Luciana Diniz. Vertigo di Dizere. Wie häufig hat sie hier schon ihre Handküßchen in den Aachener Himmel geworfen zu ihren Fans. Kann sie das hier jetzt gleich auch nochmal machen? Da muss sie jetzt schon gerade hier in zweiter Hälfte vielleicht sogar auch noch eine kleine Schropel drauflegen. Denn 46er Zeit von Karambol, das war sehr, sehr gut. Wir sehen es an der Zwischenzeit, da fehlen ihr ein, zwei Zehntel. Aber das kann sie natürlich mit ihrer ambitionierten Art und Weise wegmachen. Und sie holt diese Zehntel raus. Es sind wenige und wenige Hundertstel, die sie zwar schneller ist, aber die sind entscheidend. Und die ersten Bussis kriegen nicht die Aachener, sondern erst einmal dieser wundervolle Schimmel, der mit ihr gemeinsam hier dieses Kunststück vollführt. Nämlich in Führung zu gehen im Preis von Nordrhein-Westfalen. Ein Vertigo du Désert. Applaus Applaus Politiker Bauer